Einige von euch haben mich angeschrieben und mich darum gebeten, mal ein Erklärbär-Video darüber zu machen, wie man den Clipper auf einem Raspberry Pi installiert, das Ganze mit seinem Drucker verbindet und wie das Ganze dann am Schluss wirklich zusammenzubringen ist und wie das funktioniert, weil es für viele da draußen von euch noch eine Blackbox ist und auch einige dadurch Angst haben, entsprechend was kaputt zu machen. Und genau aus diesem Grund schauen wir uns heute mal an, wie man Clipper auf einem Raspberry Pi oder aber auch auf einem Big Tree Tech Pi installiert. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von MakoRama.de Kleiner Teaser vorab, ihr braucht gar keine Angst zu haben, dass ihr irgendwas kaputt machen könnt, das ist nicht wirklich schwer, also von daher keine Angst, keine Scheu. Ich weiß, momentan sind die Pies ziemlich teuer, deswegen zeige ich auch, wie man das Ganze mit einem Big Tree Tech Pi macht, der momentan irgendwas um die 30, 40 Euro kostet, damit es auch wirklich für jeden Geldbeutel passt. Und ich zeige euch Schritt für Schritt, was ihr alles an Hardware als auch an Software braucht, damit ihr das Ganze installieren könnt und wie ihr die einzelnen Konfigurationsdaten für euren Drucker spezifisch entsprechend rausfindet. Fangen wir erstmal an mit der Hardware. Ihr braucht natürlich logischerweise einen Raspberry Pi und spielt keine Rolle, ob es jetzt wie hier ein Raspberry Pi 4 ist, also ein Model B genauer gesagt, oder ob es auch ein Raspberry Pi 3 ist, das spielt keine Rolle erstmal. Oder aber auch einen Big Tree Tech Pi, wie ich Ihnen im letzten Video schon gezeigt habe, das ihr euch hier oben anschauen könnt. Na, 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 da. Und das ist erstmal das, was ihr an Computerrechenleistungen braucht. Dann braucht ihr natürlich eine SD-Karte. Ihr könnt auch wahlweise dazu übergehen, das habe ich auch schon ein paar Mal jetzt gehört, eine ganz normale SSD oder irgendwas zu nehmen, wo ihr dann einen Terabyte Speicherplatz habt. Für mich ehrlich gesagt, wenn ihr eine ordentliche SD-Karte habt, macht es keinen Unterschied. Ja, ich finde das sogar noch, naja, ein bisschen besser. Ganz einfach deswegen, weil ich hier auf der Unterseite bei allen Single-Bart Computern entsprechend natürlich einen dedizierten SD-Karten-Slot habe und dafür nicht irgendwie hier einen von den Ports verbrauchen muss, der mir dann entsprechend irgendwas belegt, wo ich dann vielleicht später irgendwas anderes anschließen kann. Meine persönliche Meinung. Ja, das kann jeder handhaben, wie er möchte. Ihr braucht, wie gesagt, eine SD-Karte und den Pi erstmal, egal welcher es ist. Dann braucht ihr natürlich ein Kabel, mit dem ihr euren Drucker zum Pi verbinden könntet. Meistens haben die Leute das schon, wenn ihr OctoPrint nutzt oder so in Richtung, habt ihr das schon. Oder es liegt bei eurem Drucker bei, wie jetzt hier bei meinem Elogu Neptune 3 Max, wo ich das Kabel gerade geklaut habe. Und dann braucht ihr natürlich auch noch ein Netzteil. Das habe ich im OctoPrint-Video schon gesagt gehabt. Kauft euch da bitte ein ordentliches Netzteil. Genauer gesagt, das von Raspberry Pi selbst. Da ist dann hier immer diese Himbeere drauf abgebildet, also das Logo von Raspberry Pi, dass ihr schaut, dass ihr so eins habt. Wenn ihr einen älteren Pi habt, wie hier, wo dann der Micro-USB-Port für den Stromanschluss genutzt wird, also fürs Netzteil genutzt wird, dann sehen die Teile ein bisschen anders aus. Haben aber auch dieses Logo drauf, von daher achtet da ein bisschen drauf. Da ist einfach die Energieleistung stabil, die Stromzufuhr stabil. Da braucht ihr dann keine Angst zu haben, dass mit einem Druck das ganze Ding abschmiert. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, weil ich dann, was weiß ich, von meinem iPhone das 5-Volt-Netzteil genutzt habe. Das ist natürlich von der Leistung, die das Teil bringt, nicht ausreichend, damit der Pi stabil betrieben werden kann. Natürlich gibt es auch noch, wenn man sich ein Pico oder jetzt ein BigTreeTech Pi kauft, nochmal so ein Kabel mit dazu. Das ist so ein USB auf USB-C Kabel, falls man das Ganze direkt an den Pico anschließen möchte. Der hat hier auch so einen schönen USB-C Anschluss, wo man das Ganze verbinden kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Ganze über UA zu verbinden, ja, über so ein Kabel oder so ein Kabel hier entsprechend. Da kann man das Ganze dann nochmal beim dedizierten Port anschließen. Da seid ihr vollkommen frei. Und wenn ihr euch fragt, warum denn jetzt entsprechend sowas in der Richtung mit einem U-Art-Kabel, ganz einfach, dann habt ihr hier natürlich nochmal den USB-Port frei für andere Dinge. Und natürlich, ihr könnt das Ganze im Gehäuse verbauen. Also mit so einem kleinen Teil, mit einem Raspberry Pi oder mit einem BigTreeTech Pi, habe ich ja im letzten Video schon gesagt gehabt, könnt ihr das Ganze sogar am Voron Zero verbauen. Da habt ihr Platz ohne Ende. Ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Damit hätten wir eigentlich schon mal fast alles, was wir brauchen, bis auf eine Kleinigkeit. Und das ist natürlich noch ein Gehäuse. Ihr könnt euch jetzt zum einen, wie ich jetzt hier für den BigTreeTech Pi, ein Gehäuse drucken. Da gibt es verschiedene Aufführungen. Zum einen das Ice Tower-Gehäuse ansprechen. Ich packe euch mal einen Link unten in die Videobeschreibung von dem Teil. Finde ich auch sehr genial. Habe ich sehr oft gedruckt für meine Nextcloud, für meinen Prusa MK3 bzw. jetzt MK4 oder auch für andere Projekte. Es gibt hier das Gehäuse für den BigTreeTech. Es gibt Gehäuse, wo ihr das Ganze in das V-Profil entsprechend einbauen könnt. Also wo ihr es reinschieben könnt, damit es am Drucker hängt und ihr nicht irgendwie das Ding separat mitschleppen könnt, so wie ich jetzt hier. Da gibt es also verschiedene Lösungen. Da könnt ihr euch eine aussuchen, die euch am besten gefällt. Wenn ihr ein BigTreeTech Pi habt, müsst ihr natürlich aufpassen, dass hier unten auf der Unterseite die SD-Karte, der SD-Karten-Slot ein bisschen versetzt ist. Das heißt also, so ein normales Gehäuse funktioniert beim BigTreeTech Pi nicht, weil hier der Ausschnitt für die SD-Karte genau in der Mitte ist und der vom BigTreeTech Pi halt ein bisschen versetzt nach einer Seite ist entsprechend. Von daher, da müsst ihr dann aufpassen, dass das auch wirklich kompatibel ist mit eurem Pi. Und auch natürlich hier vorne von den Anschlüssen, dass das alles passt soweit. Ansonsten ist das eigentlich so ziemlich alles, was man erstmal braucht, um zu starten. Softwareseitig braucht ihr dann natürlich erstmal ein Image. Und da gibt es auch zwei Wege, wie ihr das Ganze machen könnt. Ihr könnt natürlich euch zum einen auf der Seite des Herstellers, also von MainSale, Fluid oder auch wenn ihr ein BigTreeTech Pi habt, die stellen ein separates Image zur Verfügung, könnt ihr euch entsprechend das Image herunterladen. Ich packe euch die Links dazu natürlich unten in die Videobeschreibung und könnt euch dort ein Image herunterladen für euren Pi. Da braucht ihr eigentlich gar nicht großartig drüber nachzudenken. Ich habe letztens noch gedacht, wo braucht man eigentlich ein 32-Bit-Pi? Als ich dann geschrieben habe, ja, es gibt aber noch 32-Bit-Versionen von MainSale. Und dann hat mir einer gesagt, bei uns im Discord, das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil es gibt eigentlich gar keinen 32-Bit-Pi, der MainSale supportet. Und ja, er hat recht, es gibt eigentlich keinen 32-Bit-Pi, Raspberry Pi, der noch MainSale supportet. Deswegen ist das erstmal uninteressant. Das gilt eher, wenn ihr einen Computer habt, der 32-Bit laufen lässt oder so in Richtung, aber für einen Raspberry Pi ist das erstmal vollkommen uninteressant. Deswegen, 64-Bit-Variante funktioniert für alle Geräte, die wir hier haben. Also ein Raspberry Pi 3B+, ein Raspberry Pi Model 4, Model B und den BigTreeTech Pi sind alles 64-Bit-Varianten. Und da braucht ihr euch also keinen Kopf drüber zu machen. Wenn ihr die Images habt, könnt ihr das Ganze mit dem sogenannten Balena Etcher installieren. Das heißt also, ihr sagt, ich habe hier meine SD-Karte, ich habe hier mein Image und ich möchte das Ganze natürlich auf die SD-Karte geflasht haben. Das dauert ein paar Minuten, dann wird das Ganze nochmal verifiziert und dann könnt ihr die SD-Karte quasi in den Raspberry Pi einschieben. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, das ist mir alles zu viel Arbeit, gibt es für euch natürlich noch den Raspberry Pi Imager. Und den empfehle ich euch wirklich, denn der zieht sich aus dem Internet immer die aktuellste Version. Das heißt also, ihr seid da schon auf dem neuesten Stand. Und da müsst ihr einfach nur vom Betriebssystem her Other Specific Propos, also andere Betriebssysteme mit einem speziellen Zweck aussuchen. Und dort geht ihr auf 3D-Druck oder 3D-Printing, je nachdem, welche Sprache ihr eingestellt habt. Und dann könnt ihr dort Main Sale OS aussuchen. Von dort aus wird dann quasi das Image auf die SD-Karte installiert. Das heißt also, es wird genau wie bei Balena Etcher auch auf die SD-Karte geschrieben. Dann ist da eine bestimmte Dateistruktur drauf. Bei dem BigTreeTag Pi ist da natürlich eine andere Dateistruktur drauf. Das habe ich im letzten Video schon mal gezeigt, wo ich gesagt habe, okay, das Image, was BigTreeTag zur Verfügung stellt, verursacht nochmal ein bisschen eine andere Dateistruktur als die Original von Raspberry Pi, beziehungsweise von Main Sale und Co. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, ich habe ein BigTreeTag Pi und möchte gerne das Ganze so verwenden, also mit dem Raspberry Pi Imager verwenden, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Da gibt es ganz unten nochmal einen Menüpunkt Custom Image. Da könnt ihr dann auch ein Custom Image auswählen, was ihr gerade runtergeladen habt, und könnt das dann auf die SD-Karte entsprechend aufspielen. Wenn ihr das dann habt, nehmt ihr einfach eure SD-Karte, eure MicroSD-Karte. Das ist wichtig, dass ihr euch keine normale SD-Karte nehmt, sondern so eine MicroSD-Karte mit einem Adapter. Das ist ganz wichtig. Und ich empfehle euch, wie diese SD-Karte hier, die SanDisk Extreme mit 64 GB oder wahlweise mit 128 GB, einfach weil es ausreicht. Das reicht von der Größe her, denke ich mal, für den Großteil der Leute da draußen aus, wenn sie eine 64 GB große SD-Karte haben. Da passen ordentlich Dateien drauf und glockt mir. Ich habe schon einiges auf meinen Druckern drauf an Dateien, und die sind immer noch nicht voll mit den 64 GB. Von daher, denke ich mal, reicht es aus. Zur Not könnt ihr immer noch sagen, okay, ich klemm nochmal eine Festplatte an und mounte die automatisch beim Hochfallen oder sowas. Solche Spielereien. Das geht natürlich auch, aber das geht heute zu tief ins Detail rein. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir das Image von der SD-Karte hier entsprechend auf den Pi bekommen. Und dafür stecken wir einfach nur die SD-Karte hier hinten drin. Die bleibt auch da drin. Die SD-Karte ist quasi die Hauptfestplatte für diesen Raspberry Pi. Und diesen Raspberry Pi packen wir dann in unser Gehäuse. Und dann können wir das Teil schon ganz einfach wirklich an den Strom und an den Drucker entsprechend anschließen und das alles mal hochfahren. Und wenn wir das Ganze hochfahren, kriegen wir als erstes, oh Schreck, eine Fehlermeldung, dass dort eine Printer-Config unter Umständen fehlt, beziehungsweise, dass in der Printer-Config zum Beispiel einiges noch nicht erwähnt ist und einiges noch nicht definiert ist. Und das ist natürlich erstmal ein Schreckmoment, aber ich kann euch sagen, das ist normal. Da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen, denn ihr habt erstmal nur das Betriebssystem zur Steuerung eures Druckers auf den Raspberry Pi installiert. Dieser Pi kennt natürlich euren Drucker noch nicht. Ihr weiß noch nicht, was für ein Drucker überhaupt da dran ist, wie der Drucker aussieht, welche Größenverhältnisse der hat, also wie groß ist die X-Achse, wie hoch ist die Y-Achse, wie hoch ist die Z-Achse. Das muss man ihm natürlich alles definieren, aber keine Panik, das müsst ihr alles nicht von Hand machen, denn es gibt einiges an, wie heißt es, an Konfigurationsbeispielen, die ihr natürlich verwenden könnt. Dafür gehen wir erstmal im Seitenmenü auf den Punkt Maschine, also Maschine, und sehen dann dort eine Dateilliste mit jeder Menge Konfigurationsdateien, die schon vorgegeben sind. Und oben drüber ein Dropdown, also so ein Ausklappmenü, wo wir auswählen können, aus verschiedenen Ordnern, die in diesem Maschinenkonfigurationsprofil entsprechend hinterlegt sind. Und dort wählen wir erstmal SampleConfig aus. Kleine Side-Note, falls euer Drucker dort in den Beispielkonfigurationen nicht auftaucht, könnt ihr natürlich im Internet suchen und meistens gibt es auch nochmal irgendwen, der so nett war und das Ganze auf GitHub oder sonst wo hochgeladen hat, wo ihr das Ganze runterladen und testen könnt. Und keine Angst, ihr könnt damit nicht viel kaputt machen, denn meistens ist es ja so, wenn dann jetzt entsprechend die Breite oder die Höhe oder dieses Bildvolume nicht stimmt, dann reagiert der Drucker halt darauf, dass er in den Endstop läuft und dann das Ganze beendet. Oder er fährt halt rein und versucht weiterzufahren, dann gibt es dieses komische Geräusch, was keiner macht, aber dann macht den Drucker aus und es ist nichts passiert. Okay, von daher keine Panik, es ist nicht so wild, wie es immer gemacht wird. In diesem Beispielkonfigurationsordner, den ich jetzt hier ausgewählt habe, sehen wir einige Drucker, von denen wir uns erstmal einen aussuchen. Bei mir ist das jetzt hier der Elego Neptune 3 Max und da sehe ich dann schon einiges an Konfigurationen, die es dort gibt. Also jetzt hier zum Beispiel mal die Z-Achse, die Y-Achse, die ganzen Stepper-Konfigurationen sehe ich dort. Ich sehe auch die Belegung vom Board und, 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 und. Wichtig ist nur, dass ihr das erstmal kopiert und in einer separaten Datei im Konfigurationsordner speichert. Das heißt, wir gehen wieder zurück in den Konfig-Ordner und legen uns dort eine Printer-Konfig an, falls diese nicht schon existiert. Beim BigTreeTechPie-Image existiert diese Datei schon. Und da müsst ihr aufpassen, da gibt es einen kleinen Stolperstein, denn im BigTreeTechPie-Image ist natürlich noch was anderes drin. Ein Verweis auf eine andere Datei, die nicht existiert. Und deswegen gehen wir erstmal hin und löschen da komplett alles raus und überschreiben das mit unserer Beispielkonfiguration. Haben wir das gemacht, speichern wir das Ganze und starten das ganze System neu und sehen dann nichts. Ja, der Raspberry Pi beschwert sich erstmal, okay, das Ding hängt noch nicht am Drucker dran, ich kann noch nichts erkennen und jetzt macht doch mal bitte, ja. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hin und stöpseln das Ganze. Beim BigTreeTechPie ist es egal, beim Raspberry Pi würde ich empfehlen, dass ihr einen von den zwei blauen Ports benutzt, weil die einfach von der Datenübertragungsrate her schneller sind und stecken das Ganze einfach mal per USB an den Drucker an und schauen mal, was passiert. Und da sehen wir dann auf einmal, wenn wir das Ganze nochmal neu starten, das System hat den Drucker erkannt. Ja, dieses Profil ist noch nicht perfekt konfiguriert. Das heißt, wir können da nochmal einiges machen, wie zum Beispiel mal ein Bad Mesh konfigurieren. Wir müssen einmal noch das Bad leveln und wir müssen natürlich nochmal schauen, so wie ich es im letzten Livestream gemacht habe oder in den letzten Livestreams gemacht habe, dass wir natürlich nochmal den Drucker an sich einstellen mit der Düse und allem drum und dran mit Extrusion Multiplier, First Layer Calibration, etc. Ein Video dazu habe ich auch gemacht, das findet ihr hier oben in der Ecke und wenn wir das gemacht haben, können wir den Drucker einfach ganz normal nutzen, wie jeden anderen auch, nur mit dem Unterschied, dass wir das Ganze jetzt über den Computer steuern können und nicht mehr über das Display. Das heißt, das Display wird nicht mehr benötigt, das kann also ab und kann weg. Und der Halter beim Neptune 3 Max kann dann natürlich auch ab, weil der muss natürlich nicht unnötig an der Seite dran sein, wenn wir kein Display mehr benutzen. Es gibt die Möglichkeit, das sage ich gleich vorweg, es gibt die Möglichkeit, das Display zu konfigurieren. Das habe ich schon mal beim Creality CR10 gemacht. Das ist ganz cool, aber es bietet bei Weitem nicht den Funktionsumfang, wie man es normalerweise bei Marlin-Druckern kennt. Das heißt also, normalerweise nutze ich das Display dann in der Hinsicht nicht, außer ich habe jetzt zum Beispiel einen Drucker hier vorne stehen und bin zu faul, um da rüber zu rennen. Dann gucke ich drauf, okay, wie weit ist denn der Druck und sehe, ah, jetzt ist er bei 80 Prozent, dann weiß ich, ich kann gleich wieder runtergehen und einen Kaffee trinken oder sowas in der Richtung. Dafür ist das Display für mich nützlich, ansonsten nutze ich es eigentlich nicht. Ihr könnt das Ganze auch sogenannt Headless, also kopflos, sprich ohne Display benutzen. Und es funktioniert auch komplett ohne. Das Einzige, was ihr braucht, ist natürlich einen Netzwerkzugang. Jetzt haben wir also unsere Printer-Config soweit zusammengebaut und wenn wir das System jetzt neu starten, sagt er uns, der Drucker ist noch nicht verbunden. Würden wir jetzt den Pile mit einem USB-Kabel an den Drucker verbinden, kleiner Zeit-Tipp, kleine Zeit-Not. Ich würde euch empfehlen, beim Raspberry Pi, sofern ihr die vorhanden habt, die blauen Ports zu nutzen. Die sind einen Ticken schneller. Das ist einfach nur, damit ihr da ein bisschen mehr Power drauf habt. Beim BigTreeTekPi macht es keinen Unterschied, weil das sind viermal die gleichen Ports und bei den normalen Raspberry Pis, bei den Dreiern auch nicht, weil das sind auch alles die gleichen. Aber ihr müsst natürlich erst einmal für den Drucker eine Firmware generieren. Momentan ist da eine Firmware drauf, die mit Clipper nichts zu tun hat. Die kennt das gar nicht und die kann auch mit Clipper nicht kommunizieren. Dafür müsst ihr natürlich dann eine eigene Firmware generieren, die dann auf den Drucker aufgespielt werden muss. Das ist alles halb so wild. Das hört sich jetzt sehr kritisch an und es wird einige Leute geben, die da sitzen und sagen so, oh, wie soll ich das alles noch hinkriegen? Kein Thema, wir werden Schritt für Schritt durchgehen. Ihr müsst euch dafür erst einmal via SSH, also Secure Shell, auf euren Raspberry Pi Connect. Das heißt, ihr müsst zum Netzwerk verbunden sein, damit ihr das Ganze aufrufen könnt und dort müsst ihr euch ganz normal einloggen. Beim BigTreeTechPie ist der Login BQ mit dem Passwort BQ als Standard hinterlegt. Beim Raspberry Pi ist es Pi, also P-I und dann Raspberry als Passwort und damit kommt ihr erst einmal in den Raspberry Pi über die Shell rein. Falls ihr jetzt nicht wisst, was eine Shell ist, normalerweise ist das das Kommandozeilen, die Kommandozeilen-App auf Windows oder das Terminal unter Mac. Ihr könnt aber auch irgendwelche Apps nutzen, wie Putty, die euch via SSH auf den Raspberry Pi connecten. Und jetzt wird es ein bisschen techy, jetzt wird es ein bisschen nerdy, ich weiß, aber das ist nur einmal, wo ihr da ran müsst und dann ist es eigentlich ganz einfach. Und das ist eigentlich nur, dass ihr euch eine Firmware generieren müsst für dieses Board. Und dafür führen wir im Ordner Clipper. Also wir gehen jetzt hier einfach mal mit cd-clipper in das Clipper-Verzeichnis und führen dort eine Make-Menu-Config aus. Und dann kommt so ein alter ASCII-Bildschirm entsprechend nach oben, der uns erstmal die Möglichkeit bietet, dort einiges zu konfigurieren. Und bei dieser Konfiguration müsst ihr auf ein paar kleine Details achten. Unter anderem die Kommunikationsart von dem Board mit dem Raspberry Pi und natürlich auch die Prozessorart. Aber keine Angst, es ist alles gar nicht halb so wild, weil wenn ihr mal einen Blick in eure Printer-Config reinwerft, dann seht ihr ganz oben meistens irgendwo stehen, welche Konfiguration denn für euren Drucker benötigt wird. Also welchen Prozessor er dann drauf hat. Bei mir, beim ELEGO NEPTONE 3 ist das jetzt ein STM32F103. Das seht ihr hier in der Konfiguration ganz oben stehen. Falls es bei euch nicht drin steht, schaut mal auf der Seite des Herstellers nach oder googelt mal nach eurem Drucker und dann Prozessortyp. Und dann findet ihr meistens schon eine Antwort, dass es irgendein Drucker STM, ihr seht, die Auswahl ist nicht riesig, dass es irgendein Drucker, irgendein Prozessor ist, der momentan im Umlauf ist und der auf dem Board aufgebracht ist und den müsst ihr einfach nur auswählen. Für die Kommunikationsart ist es meistens UART auf P9 beziehungsweise P10. Hier bei meinem ELEGO NEPTONE 3 MAX ist es zum Beispiel mal UART 1 mit PA10-PA9. Da müsst ihr gucken, was in eurer Printer-Config entsprechend oben drin steht beziehungsweise ihr müsst ein bisschen recherchieren und müsst schauen. Meistens findet ihr mit Suchbegriff Drucker XY Clipper Printer-Config und dann findet ihr irgendwas oder Clipper Kommunikationsart Serial Port entsprechend, dann findet ihr schon entsprechend, was ihr sucht. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr auch gerne zu uns ins Discord kommen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da helfen wir euch gerne weiter. Da kommen ständig Fragen auf, hey, welchen Port muss ich denn da nutzen und welchen Prozessor habe ich denn drauf? Das kriegen wir irgendwie alles geregelt. Falls ihr also dort Fragen habt, ist das gar kein Thema. Und wenn ihr das gemacht habt, speichert ihr erstmal das Ganze und geht hier mit Escape raus und sagt, ja, ich möchte das Ganze speichern und dann beginnt er erstmal, die Firmware zu generieren. Diese Firmware packt er euch dann in einen Out-Ordner rein, also das ist da, wo dann die Firmware gespeichert wird. Der nennt sich Out und von dort aus gesehen könnt ihr die Firmware in den Config-Ordner kopieren. Das macht ihr ganz einfach, indem ihr den Befehl cp, also Cesar Paula, und dann die ursprüngliche Datei, also out-clipper.bin und mit einem Leerzeichen getrennt dann natürlich das Zielverzeichnis eingebt, also config-clipper.bin und das Ganze mit Enter bestätigt. Und dann liegt die Konfigurationsdatei bei euch im Sample-Config-Ordner. Und von dort aus könnt ihr die Firmware dann über die Oberfläche, die Web-Oberfläche, herunterladen. Habt ihr die jetzt heruntergeladen, gibt es noch einen kleinen Tipp für euch, bevor ihr die auf die SD-Karte aufspielt. Benennt die Datei um in irgendwas. Also nicht clipper.bin, sondern benennt die um in... Nein, Drucker ist genial oder sowas in Richtung .bin. Bei den meisten Druckern, gerade bei den Creality-Druckern, ist es so, dass die Firmware nicht so heißen darf, wie die Firmware, die aktuell drauf ist. Also Firmware.bin oder sonst irgendwas in der Richtung. Bei meinem Elego Neptune 3 Max gibt es zum Beispiel einen ganz speziellen Namen, den die Firmware haben muss, damit sie überhaupt aufgespielt werden kann. Den blende ich euch hier unten nochmal ein. Und so könnt ihr dann entsprechend die Firmware dann, auch wenn ihr die umbenannt habt, auf die SD-Karte kopieren. Nicht auf die von Pi, sondern auf eine separate, die ihr in den Drucker stecken könnt. Und dann steckt ihr die SD-Karte ganz einfach in den Drucker rein, verbindet den Raspberry Pi mit dem Drucker und schaltet den Drucker ein und seht, was passiert. Dann fährt nämlich der Drucker hoch. Es dauert ein bisschen. Das kann natürlich initial dauern, bis die Firmware sich wirklich eingerichtet hat. Und dann könnt ihr über die Web-Oberfläche natürlich sagen, okay, ich möchte nochmal ein Firmware-Restart haben und danach sollte euer Drucker auch mit Clipper verbunden sein. Und dann könnt ihr loslegen. Dann könnt ihr anfangen, euch mein Video anzugucken, wie man den Drucker einrichtet, wie man ihn konfiguriert. Ihr könnt erstmal den Paper-Leveling-Bett-Test ausführen, der auf der Seite in der Videobeschreibung entsprechend beschrieben wird, damit ihr auch erstmal euer Bett ordentlich levelt in Clipper. Das ist, wenn man es mal gewohnt ist, im Vergleich zu konventionellen Druckern, ein bisschen umständlich für den Anfang, aber wenn man es mal gewohnt ist, funktioniert es wirklich wunderbar und ich mag es eigentlich nicht mehr missen. Und dann gibt es nur noch ein, zwei Punkte, die ich gerne mit euch besprechen möchte. Und das erste ist Kiau. Für alle, die jetzt denken so, hast du einen an der Tasse oder so? Oder irgendeinen an der Waffel? Nein, habe ich nicht. Kiau ist die Abkürzung für Clipper Install & Update Helper. Und jetzt werden vielleicht der eine oder andere sagen, warum hast du es nicht vorher gesagt? Das ist nicht einfacher. Jein. Der Clipper Install & Update Helper ist eigentlich eine geniale Sache, wenn man komplett über das Terminal Clipper installieren und updaten möchte. Das möchten wir aber in dem Sinne nicht. Wir möchten es so einfach wie möglich halten. Wir möchten es also eigentlich so viel wie möglich über die Web-Auberfläche machen. Deswegen haben wir jetzt diesen Weg ausgewählt. Für die Nerds unter euch, die können natürlich auch über den Clipper Install & Update Helper komplett Clipper installieren und konfigurieren und die ganze Konfigurationsgeschichte mit der Menu-Config darüber machen. Dann braucht ihr nicht über die Web-Auberfläche zurück zum Terminal und hin und her zu gehen. Das geht dann natürlich nur in einem Fenster. Das ist auch super. Aber für uns bietet der Clipper Install & Update Helper eine Möglichkeit, noch weitere Plugins zu installieren. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist nämlich auch nicht schwer. Dafür installiert ihr euch erstmal den Clipper Install & Update Helper, den Befehl und die Webseite zu dem Kyao-Tool findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr das installiert habt, starten wir das Ganze einfach nur mit dem Befehl .kyao.sh und schon sehen wir da das Menü vom Clipper Install & Update Helper und darin können wir dann schon einiges entsprechend installieren oder deinstallieren. Das heißt also, für diejenigen unter euch, die sagen, Mainsail ist nicht für mich, ich bin lieber der Fluid-Typ, der kann natürlich auch hingehen und kann sagen, okay, ich deinstalliere erstmal Mainsail und packe dann Fluid später drauf. Für diejenigen unter euch, die sagen, ich würde das Ganze gerne mit Telegram verbinden oder ich würde das Ganze gerne mit Octoprint verbinden oder mit Octo Everywhere verbinden, gibt es dafür natürlich auch eine Möglichkeit im Plugin, was ihr installieren könnt. Da müsst ihr dann jeweils nur die entsprechenden Menüpunkte auswählen. Ich zeige euch mal hier so ein paar Screenshots entsprechend, wie das Ganze aussehen kann. Und da könnt ihr dann natürlich auch Octo Everywhere drüber installieren. Dann braucht ihr es nicht irgendwie mit dem Befehl zu kopieren, sondern könnt es ganz einfach über den Clipper Install-and-Update-Helper installieren. Bei der Installation des Octo Everywhere Plugins gebe ich auch nochmal den Hinweis, wartet mit der Installation, bis alles wirklich komplett bis zum Ende durchgelaufen ist. Da gibt es dann am Schluss einen kleinen Code, den ihr auf einer bestimmten URL eintragen müsst. Das findet ihr beides am Ende der Installation. Und wenn ihr das gemacht habt, verbindet sich euer Drucker mit Octo Everywhere und dann könnt ihr den auch von überall aus steuern. Danach erst das Fenster zumachen, das habe ich auch in einem separaten Video hier oben nochmal erklärt. Und dann sind wir eigentlich soweit schon so gut wie durch mit dem Thema, wie installiere ich Clipper? Zu guter Letzt möchte ich nochmal die berechtigte Frage beantworten, was denn jetzt der Unterschied zwischen Octo Print und Clipper ist und warum wir uns überhaupt das Ganze angetan haben. Würde Octo Print nicht den gleichen Job machen? Nein, nicht ganz. Beide bieten natürlich eine Web-Oberfläche an, über die man den Drucker fernsteuern kann. Und insofern sind sich erstmal beide gleich. Aber alles, was dahinter passiert, ist natürlich unterschiedlich. Und bei Octo Print hat man zum Beispiel mal seine fertig gesleisten Dateien, seine G-Code-Dateien, die dann von Octo Print aus an den Drucker geschickt werden und der Drucker selbst das Mainboard, der Prozessor auf dem Mainboard, hat dann eigentlich die ganze Hauptlast an Rechenleistung, die er erledigen muss, um das Objekt zu drucken. Bei Clipper sieht es so aus, man hat die G-Code-Datei, die wird dann entsprechend in Realzeit auf dem Mainboard, auf dem Raspberry Pi quasi berechnet. Das heißt also, die Hauptlast von der Rechenarbeit liegt auf dem Raspberry Pi und nicht auf dem Mainboard vom Drucker. Dadurch wird das Mainboard vom Drucker natürlich entlastet und dadurch hat man natürlich auch dann eine höhere Geschwindigkeit. In Verbindung mit dem Input Shaping-Verfahren oder mit anderen Verfahren kann man das natürlich noch weiter optimieren, damit wir dann auf Geschwindigkeiten kommen, wie zum Beispiel mal beim X1 oder aber auch bei anderen Druckern wie dem Voron. Das ist natürlich schon mal ein Vorteil, für den man aber dann zwingend einen Prozessor braucht, der deutlich mehr Rechenleistung hat, wie zum Beispiel der von dem Raspberry Pi hier. Und in diesem Sinne sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank auch an meine Patreonen, die mir ständig helfen, diese Videos zu produzieren. Und in diesem Sinne, Hottel the Line, Happy Printing und ciao.